Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside Clips zu einem neuen Video. Am Samstag wurde ja Peter Remmert vom Vorverlosener Brück auf Schalke vorgestellt als neuer Stürmer und damit gewinnen wir also ein Nymus Talent für unsere neue Mannschaft. Und dort ist ja so ein bisschen die Frage, welche Rolle kann Peter Remmert dann eigentlich für Schalke spielen im Sturmzentrum? Wie gut ist er eigentlich? Kleider Transfer ist eben mittlerweile seit vier Tagen schon offiziell über die Bühne, aber weil wir eben jetzt auch hier auf Schalke Inside Clips nochmal genau über solche Spieler sprechen wollen und vielleicht auch noch nicht allen klar geworden ist, welche Rolle Peter Remmert tatsächlich spielen kann, wollte ich heute nochmal auch ein paar Tage nach der offiziellen Bekanntgabe darüber sprechen, wie gut denn Peter Remmert tatsächlich ist und ob er vielleicht auch Schalke schon in der kommenden Zweitliga so weiterhelfen kann. Legen wir dafür erstmal los mit Schalkes grundsätzlichen Plan in der Kaderplanung auf dieser Position und doch eben dann mit den offiziellen Aussagen von Marc Wilmert und Peter Remmert selbst. Denn wir alle wissen ja, unser Kader auf Schalke wird komplett umgebaut und grundsätzlich hat man dafür auch einen deutlich größeren Fokus gelegt auf junge Spieler, sprich auf Talente, die eben auch dann relativ zügig Chancen im Profibereich kriegen sollen. Peter Remmert ist eben dann genau ein solcher Stürmer, der eben auch dann in Schalkes Profil passt. Es ist der achte Neuzugang von Wilmert und Manga und er hat einen Vertrag bei Schalke bis 2028 unterschrieben. Wilmert selber hat er zu dem Deal folgendes im Namen der sportlichen Leitung gesagt. Peter hat ein äußerst interessantes Stürmerprofil, er hat eine gute Beschleunigung, Kraft in seinem Spiel und bringt die nötigen technischen Fähigkeiten mit. Wir sehen in ihm ein großes Entwicklungspotenzial und wollen ihn dabei unterstützen, dass er dieses noch besser abrufen kann. Und genau das hat eben auch Peter Remmert selbst als Ziel. Als ich vom Interesse des Vereins gehört habe, muss ich nicht lange überlegen, ob ich den Wechsel machen möchte. Ich weiß, dass ich noch einen weiten Weg vor mir habe, aber ich bin bereit, alles dafür zu tun, was nötig sein wird, um die nächsten Schritte zu gehen. Und somit kann man natürlich durch diese Aussagen schon mal ganz gut ableiten, was der Stürmer mitbringt und wie gut er vielleicht auch möglicherweise schon ist, denn er kommt ja auch erst aus der U19 vom Vorfeld Osnabrück. Aber Peter Remmert gilt als Rent mit viel Potenzial und da ist eben die spannende Frage, kann er Schalke auch schon jetzt helfen? Und deswegen gucken wir heute nochmal auf die Frage, wie Schalke mit ihm planen wird. Ist er schon gut genug für die Profis? Wie gut ist Peter Remmert? Schauen wir diesbezüglich als allererstes mal auf das Spielerprofil von Remmert, was wir dort an rein Fakten und Daten so finden. Denn Peter Remmert ist in Wächter geboren. Das ist eine Kleinstadt in Niersachsen in der Nähe von Osnabrück. Und deswegen passt natürlich auch, dass er auch die vergangenen Jahre im VfL gespielt hat und das seit 2022 in der U19. Genau dort steht er eben rein faktisch noch aktuell in der Vertrag. Davor hat er bei Nordwest und Blau-Weiß-Lohne gespielt. Wir reden hier über einen deutschen Spieler, der eben auch dann in Niersachsen wie gesagt geboren wurde und auch mal für die deutsche U18-Auswahl nominiert worden ist. Peter Remmert ist 18 Jahre jung, wird im Juli allerdings dann auch schon 19. Aber natürlich insgesamt ist das hier ein sehr junger und unerfahrener Spieler. Sein Vertrag in Osnabrück läuft aus. Das ist auf jeden Fall gut für Schalke, denn damit kommt er ablösefrei zu uns. Und wie so oft bei jungen Spielern haben wir hier aber jetzt auch noch keinen offiziellen Market mit dabei. Die Position ist auf jeden Fall ganz klar die des Stürmers. Also wenn Peter Remmert kein typischer Mittelstürmer ist, dann noch wirklich kein anderer in seinem Jahrgang. Also das ist schon wirklich einer, der diese Position oder besser gesagt diese Rolle des typischen Mittelstürmers auch ganz klar verkörpert. Also er gehört jetzt nicht auf den Flügeln oder auf die 10er-Position. Nein, Peter Remmert ist auf jeden Fall ein Neuner, der da vorne reingehört und vielleicht damit auch Schalke schon jetzt weiterhelfen kann. Denn wir schauen natürlich hier vor allem auch, und das wird das Wichtigste, auf die Stärken und Schwächen von Peter Remmert und von diesem Transfer und auch auf die taktische Variante mit ihm eben dann. Und hier haben wir natürlich erstmal, und das ist, finde ich, einen großen Vorteil, das Profil des klassischen Neuners. Denn zum einen, und das ist vielleicht sogar das Gute für Peter Remmert, jetzt auch zum Vorbereitungsstart, fehlt Schalke dieses Profil natürlich komplett im Kader. Simon Tirodde ist weg und hat seine Karriere beendet. KK Topp ist weg und zu Werder Bremen gegangen. Und deswegen kann man natürlich hier auch schon jetzt in der Vorbereitung aus Peter Remmert sehr viel rausholen. Ich finde auch immer wieder, dass solche Stürmer, die ihm auch vor allem dann über ihre Körperlichkeit kommen und da schon sehr weit ausgebildet sind, auch im Profibereich vielleicht manchmal etwas schneller ankommen können als andere. Denn Peter Remmert ist eben schon jetzt 1,93 Meter groß, hat eine wuchtige Statur, ist trotzdem aber auch wirklich schnell und echt ganz gut am Ball, ist nahezu beidfüßig und bringt somit echt super interessante Fähigkeiten mit. Also es ist eben nicht nur einer, der nur im Strafraum steht und auf die langen Bälle wartet und sie reinköpfen will. Nee, er kann auch mal ganz gut mitspielen, er geht auch mal den Weg in die Tiefe, auch wenn er schon eben eher durch seine wuchtige Statur am besten innerhalb vom Strafraum gesucht werden kann. Wir haben auf jeden Fall ja auch einen Spieler verpflichtet, der Potenzial hat für mehr. Also er ist eben mit seinen 18 Jahren noch sehr, sehr jung und natürlich kannst du dort auch noch sehr, sehr viel rausholen. Also wenn er eben dann auch gespielt hat in Osnabrück, dann war er immer einer der Besten und trotzdem sollte er natürlich auch Zeit kriegen. Aber es kann, glaube ich, schon noch was werden. Er hat auch in Osnabrück sogar teilweise mal das Kapitänsamt inne gehabt und die Kapitänsbinde getragen, was eben auch dafür spricht, dass er in jungen Jahren auch schon Verantwortung übernimmt. Und natürlich, und das ist mit das Wichtigste auf Schalke, er ist recht auch bei einer solchen Bewertung von einem jungen Spieler. Wir haben hier kaum ein finanzielles Risiko. Also Peter Remmert kommt ablösefrei, wird logischerweise auch kein allzu hohes Profi gehalten erst mal beziehen. Das ist, finde ich, auch dann genau der richtige Weg, auch bei anderen Vereinen solche Spieler zu holen. Denn ja, es ist auch mal vernünftig, nicht nur seine eigene Knappenschmiede in den Fokus zu rücken, sondern eben auch dann immer wieder junge Spieler von anderen Vereinen zuzuholen, die eben auch funktionieren, die auch Potenzial mitbringen. Und bei Peter Remmert ist eben auch dann genau das der Fall. Und einige sagen ja auch, oh, Schalke holt ja nur junge Spieler, das kann ja auch nichts werden. Da muss ich erstmal zu sagen, viele wollten genau diesen großen Umbruch, viele wollen viele junge Spieler auf Schalke sehen vollkommen richtig, dass unser Verein das auch wirklich macht. Am Ende muss die Mischung stimmen, aber einen solchen Sturm dann hinzu zuzuholen, tut, glaube ich, keinem so wirklich weh. Aber, und auch das gehört eben dann dazu, bei einer Bewertung von einem Transfer, zumindest mal dann, bevor der Spieler überhaupt offiziell bei Schalke ist oder sein Endspiel gemacht hat, auch die negativen Seiten zu beleuchten, gewisse Risiken zu analysieren und eben auch zu erklären, wo man vielleicht auch jetzt noch Verbesserungspotenzial sieht. Denn natürlich ist Peter Remmert ein Spieler mit kaum Erfahrung. Also er ist noch ohne Profi-Einsatz geblieben in Osnabrück und auch wenn er eben dort als Großer denn galt, er war auch manchmal im Profi-Training mit dabei, hat er ihm trotzdem noch keine Chance erhalten, sich auch dann als, ja, volljähriger Spieler mal im Profi-Bereich im Spiel zu beweisen. Und natürlich darf man nicht vergessen, und auch das springt eben dann mitbedingt durch diese geringe Erfahrung, jetzt auf Schalke direkt in der zweiten Bundesliga zu funktionieren oder helfen zu wollen, ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes Level. Und was eben dort immer wieder so ein bisschen Grund zur Sorge ist, wenn man eben dann mal auf die Personalie Peter Remmert schaut, ist die Vorsaison, die damit verbundene Verletzungsgeschichte. Denn es ist eben so, dass Peter Remmert schon zugetraut wird, auch auf Schalke helfen zu können und generell viel Potenzial zu haben, aber er ist eben auch ein Stürmer, der bislang im deutschen Profifußball sehr unterm Radar geflogen ist. Und das liegt eben auch an seinen Verletzungen. Denn diese Saison hat er, oder er abgelaufen und so, elf Spiele gemacht in der U19 Bundesliga, vier Tore erzielt und zwei Tore vorbereitet. Das sind erstmal ganz okaye Quoten, denn Osnabrück gehört auch, oder gehört auch zu einem der schlechteren Mannschaften. Da erzielt es jetzt auch nicht mal in elf Spielen 20 Tore. Aber vor allem eben durch Verletzungen hatte ihm Peter Remmert das Problem, auch dann konstant abliefern zu können. Er hatte erst Oberschenkelprobleme, dann nochmal ein Muskelfaserriss, hat dadurch 15 Saisonspiele verpasst. Und bei sowas bin ich echt immer vorsichtig, vor allem wenn eben nach einem jungen Spieler schon solche Muskelverletzungen haben. Denn Muskeln sind immer schwierig. Das kann natürlich auch am Wachstum liegen. Er ist richtig über Peter Remmert, wenn du so schnell dann eben auch so groß schon bist. Aber natürlich muss er eben auch genau diese Geschichten in den Griff bekommen. Und da ist natürlich aber auch dann Schalke dazu verlangt, ja vernünftig trainieren zu lassen, vernünftige Regenerationenheiten eben auch dann zu haben, um einen solchen Spieler fördern zu können. Aber das Thema Verletzungen sollte man hier auf jeden Fall noch im Hinterkopf haben. Am spannendsten ist aber natürlich auch immer dann die Frage, auf welcher Position und in welcher Rolle kann unser Neuzugang Schalke helfen? Und ich habe jetzt mal hier unsere neue Aufstellung aufgemalt, mit eben dann Remmert auch in der Startelf. Das liegt nicht daran, dass ich ihn dort sehe, sondern nur um zu zeigen, welche Rolle er für Schalke spielen kann. Denn Remmert wird logischerweise für die Breite eingeplant sein, vielleicht doch erstmal für die U23. Und er wird langsam rangeführt, aber wenn er eben dann mal spielen sollte, dann als klassischer Neuner von drin. Da gehört er hin, das ist genau seine Position und das könnte ihm dann im 3-5-2 folgendermaßen aussehen. Wir haben in der Innenverteidigung weiter noch eine Baustelle, deswegen habe ich jetzt dort Mörkenschen und ich auf der linken Seite, Kalas, Wazinski, Hoffmann haben wir erstmal dann auch mit dabei, Doppel-6, Schalmeck-Seguin sieht gut aus, Rechtsseite, Gantenmann oder Aydin. Und eben dann im Offensivbereich ist Moussa Sula sicherlich gesetzt, genauso wie wenn er bleibt, Kenan Karaman und daneben ist eben dann so ein bisschen die Frage, machst du es sehr spielerisch mit zum Beispiel Armin Younes oder brauchst eben dann einen klassischen Torjäger. Da wird sicherlich da noch einer hinzugeholt werden, aber solange der eben noch nicht da ist, haben wir eben dann als typischen Stoßstürmer Peter Remmert mit dabei und genau das wäre eben so mit seiner Position, wo er, wenn er denn spielt, eben auch dann auflaufen wird. Abschließend bleibt eben dann noch die Frage übrig, wie gut ist Peter Remmert tatsächlich oder anders gefragt, ist das ein guter Transfer für Schalke oder nicht. Und ich finde es auf jeden Fall erstmal okay, weil es einfach ein Spieler ist, der für den Profibereich vielleicht noch etwas oder wo es für den Profibereich vielleicht noch ein Ticken zu früh ist, zumindest ist das jetzt mal meine Wahrnehmung von dem, was man sich so anlesen und angucken konnte. Aber, und das ist eben auch das Wichtige, wir haben hier generell kaum bis gar kein Risiko. Also wir haben hier einen ablösefreien Neuzugang, einen jungen Senat mit Potenzial, der wenig verdienen wird. Genau richtig so, solchen Spielen eben auch dann die Chancen zu geben. Ob es eben dann funktioniert, ist nochmal eine andere Frage, aber grundsätzlich diesen Weg zu gehen, halte ich auf jeden Fall für die richtige Wahl. Denn Remmert hat Potenzial, das hat man auch gesehen in seinen Spielen für Osnabrück, das sagen auch viele, die näher dran sind an dieser Personalie, aber er wird eben auch Zeit brauchen, sich an dieses Level gewöhnen zu müssen. Und diese Muskelverletzungen sind auf jeden Fall für mich ein Grund, mal darüber zu diskutieren, ob es eben auch dann das natürlich ein Punkt ist, der erstmal besser werden muss. Ich denke auf jeden Fall, und das wäre dann auch so mein grundsätzlicher Plan mit Peter Remmert, dass er über eine Profivorbereitung, plus auch dann erster Einsätze in U23, ja Schritt für Schritt für die Profis eine Option werden kann. Und vielleicht ja auch früher, als es manche ihm zutrauen. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt auf eure Meinung zu Peter Remmert, denn dadurch, dass eben der Deal schon seit Samstag fix ist, hat sich sicherlich jeder eine gewisse Meinung bilden können. Schreibt da jetzt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, dass wir über Martin Wasinski auch nochmal ein solches Video machen können, könnt ihr auch das mal gerne unten kommentieren. Auch weitere Videos, die ihr natürlich immer wieder gerne hier gesehen auf Schalke Inside Clips. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf! An alle Schalker! An alle Schalker! An alle Schalker! Vielen Dank.